Hallo, ich nenne mich Heiko Philo und bin psychologischer Psychotherapeut. Ich arbeite mit traumatisierten Menschen und finde das wichtig, dass man mehr in der Gesellschaft weiß über Traumatisierung. Und deswegen mache ich ab und zu mal ein Video über Psychologie. Auch wenn im Rahmen meiner Arbeit mal ein Vortrag anfällt, dann nehme ich den gerne auf. Und zeige die man hier. Ich habe mich schon als Jugendlicher für Philosophie interessiert, habe das dann auch studiert, bin ich abgeschlossen. Aber die Leidenschaft und das Interesse an Philosophie hat mich nie ganz losgelassen, sodass ich auch heute noch immer mich mit Philosophie beschäftige, aktuell gerade mit Moral. Und dazu mache ich dann auch ab und zu mal ein Video. Ja, ich gebe mir Mühe, das verständlich darzustellen, damit das nicht nur für Experten interessant ist. Und hoffe, das gelingt. Wir sehen uns. Tschüss. 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 Ciao.